herzlichen willkommen zurück zu final fantasy 10 so nachdem wir jetzt luka komplett erkundet haben diese große große stadt gehen wir doch mal ins café und die juna die hängt jetzt da oben rum und kommt nicht hinterher ich hoffe die sitzt noch da nicht dass wir sie wieder zurück laufen müssen ja sie ist da sie kann sich teleportieren wie ein wahres medium ich muss einkaufen nein die sprechen mit uns nicht sonst gibt es ja nichts mehr oder luftballon ein roter luftballon der gehört mir toll nicht ja super toll ein hund ein hund schon wieder ein herzlichen willkommen was haben wir denn da alles bruderherz hat mehr angriff beschwörerstab haben der ist auch ja wohl 150 kaufen beschwörer mode 150 kommen kaufen wir mal halbwert durchschlagen auf 3 prozent kaufen schwarz metall ding nee 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 die gehen mal übers abwehr das brauchen wir jetzt nicht so aber jetzt endlich mal ins café rein aus dem weg so mal schau mal schau mal jetzt da ist oder nicht so mal schau mal jetzt da ist oder nicht na sie nicht so aus sie nicht so aus sie nicht so aus hey kimari ist auch wieder da schön Warum nicht zuhören, Kimari? Nicht sehen Yenke für 10 Jahre. Sag etwas. Kimari, vergessen Yenke? Vergessen Biran? Gehe, Kimari, Yenke. Kimari ist klein, Ranzo. Kimari ist so klein, und alle können Yenke und Biran sehen. Kimari, vergessen Sie, Ranzo? Wir haben viel gelernt, in der Zeit von Hornmold. Biran hat Kimari gesagt, dass sie stark sind, Ranzo. Vielleicht hat sie zu viel gelernt. Geh sie. Geh sie. Geh! Oh! Geh es raus, die Tournament starten. Du heer? Die Gäin! Today on this glorious day, players from all over Spira have assembled here to participate in this great contest of bravery, skill and strength. All of these fine teams, equally renowned, deserve to win the cup today. Such is the nature of this contest, let us, the spectators, play our role accordingly. Let us sing to the glory of the winners and applaud equally the valor of the defeated. Contestants, may Evan be with you. And there is a little bit different than in Xenakent. In Xenakent is filled with water and in Xenakent was from a blitz. And here is full of water. And there is a little bit of water in Xenakent. It would be cool if it would be in our world as well. Maybe we will see that sometime. Mal schauen. Wie können die denn nicht so lange die Luft anhalten? Na egal. Wie können die Luft ab внутри? W仙rettabadisl cheese нужны. À E Kingdom. E Wind. Und das Spiel beginnt und wir sind noch nicht da schlecht. Wind. Und los gehts. Komari, Yuna ist weg! Wo bist du in Spira? Huh? Yuna wurde kidnappt von Albed Sykes. In exchange für ihre safe return, sie wollen die Aurex verlieren. What?! Wenn sie nur Blitzball-Player sind, ich wundere, sie machen sie drastisch. Aber wir sollten nicht nehmen, wir gehen sie. Ich gehe auch. Das wird kein Problem. Sie sagen die Aurex zu fangen, als ob sie brauchten. Ich meine, wie gut ein Team können sie sein? Waka sagte das gleiche. Er will sich das Spiel annehmen. Wir sollten Yuna holen. Das Albed-Boot ist in Dock 4. Los geht's! Ausrüstung und Prüfen von denen. Such-Kaktor. Zit-Angriff-Bus 3. Ne, das wir mal durchschauen. Das ist gar nicht so schlecht. Bruderherz. Wanderschnell. Da-da-da. Ne. Blitzlanze. Lassen wir es einfach mal so. Wird schon passen. So, schnell zurück zum PR Nummer 4. Oh, die können wir speichern. Das machen wir noch kurz. Zack. So, und jetzt auf, auf zum PR Nummer 4. Was ist das? Das muss die Albeds machen. Lass uns den anderen Weg gehen. Verdammt! Sag mal, du bist doch jeder aufpassen, oder? Brauchen wir, dass man die Augen etwas schweifen und schon passiert so etwas. Alter, wie kann man das nicht mitbekommen? Also, äh... Gott. Was sind das für Wachleute? Lauter... Unqualifizierte Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Lauftieles. Oder springen, oder... Keine Ahnung, wie man das nennt. Wie du da so rumläufst. Er springt ja mehr als gehen. Egal. Schnell zu PR Nummer 4. Was ist denn das? Ach, Roboter. Wow, was sind die? Angeklagte Machinae, durch die Albeds. Sie sind meistens vorliegen, um das Licht zu erzeugen. Oh. Ha! Du kannst mir hören. Oh Gott. Ähm... Blitz! Perfekt! Los, Tilos! Ah, verdammt! Ah, verdammt! Kimari! Alles klar, es hat funktioniert. Und jetzt schnell weiter. Die Nächsten. Die Nächsten. Äh... Ex... Obwohl... Ne, wir lassen mal nicht Ekstase. Oh ja, kritisch. Was denn lebt noch? No, mach mal Blitz. Haha. 25. Verlichtet. So, supi. Und jetzt schnell weiter. Du musst doch bald mal da sein. Oh, klasse. Erstmal den. Und nochmal den. So, Blitz... Stirb. Oder... Explodier, oder was auch immer. Okay. Das lebt noch. Sieben. Ernsthaft. Ah, toll. Was ist mit diesen Leuten? So, Blitz. Und jetzt den einen noch. So, war's das? Ja, wir erwarten uns. Oh, Mann. Ha! Huh! Kritische Treffer. So. So, Blitz auf den. Und tot. Gut, war's das jetzt soweit? Okay. The Aurochs are keeping the score tied with some excellent defense, folks. Oh! He'll feel that one in the morning. Ah, but the referee doesn't call the foul. Oh, Waka is taking a real beating out there. Huh! Still in there! He won't last. Waka is always like that. Ouch! Let's go! So. Gut. Wir sind jetzt geheilt. Noch kurz ein Sphärobrett. Kann ich nur die Lulu was machen. So. Gibt's mehr MP. So. Das muss reichen. Und jetzt zum Pier Nummer 4. Äh, ich glaub die wollen auch machen. Let's go! Spring! Ja, die Lulu sieht man jetzt nicht springen. Das war ja wieder klar. Für die Animation hat's wohl nicht gereicht, ne? Aber sie ist da. Da kommt wohl was Großes. Hey, wir können dieses Gerät nutzen. Äh, Extras, Kran. Okay. Komm schon, move! Es ist wahrscheinlich aus dem Kraft. Alles klar, dann müssen wir dem Strom geben, aber der Kimari greift mal hier an. Du machst Blitz auf den Kran. Äh, fast. Der Kran hat sich etwas bewegt. Ja, etwas. So, du machst mal Hass auf die Lulu. So, Kimari, du greifst mal wieder an. Oh, oh. Ist er blind, verdammt. Blitz auf den Kran. Äh, ja, der braucht anscheinend noch mehr Saft. So, nochmal Blitz. Ah, er ist einsatzbereit. Ja, du machst mal das Ding wieder an. Äh, sowohl daneben. So, auf das Ding. So, benutzt den Kran. Juhu, es funktioniert. Juhu, es funktioniert. Was macht er jetzt genau? Haha, ist ja geil. Ha, plopp. Wow. Sehr viel abgezogen. 301. Weißt du was? Lass mal den Tilos beenden. So, und du machst jetzt mit der Ekstase den Soltohi. Wuhu, super. Mach es fertig. Kaboom. Ja, das Ding ist wohl total kaputt. Und komplett weg. Interessant. Und komplett weg. Interessant. Und komplett weg. Interessant. Ich hoffe, dass du sie verletzt hast. Ein bisschen. Was ist das? Was ist das? Ja. Ich dachte, dass es das gleiche Land war, aber es ist nicht. Ich frage mich, ob sie alle weg sind. Was ist passiert? Sinn kam bei uns. Ich habe es gut gemacht, aber ich weiß nicht, was mit ihrem Land passiert. Um, war jemand von Syd auf dem Land? Ich weiß nicht, sie alle sprachen das Albed-Language. Ich verstehe. Also, wer ist Syd? Er ist mein Papa, aber ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Mhm. Warte, also bedeutet das, dass du Albed-Lang auch, Yuna? Auf meiner Mutter, ja. Syd ist mein Mutter. Er ist mein Mutter. Er wurde von mir entfernt, nachdem meine Mutter heiraten. Aber sie hat mir gesagt, dass er ihn auszusehen, wenn ich eine Hilfe brauchte. Du bist Angst, er sei... Nicht erzählen Wacca über Yuna. Die Sache über Wacca ist, er hat niemals viel Liebe für Albed. Woah! Ich muss erzählen Wacca. Ich dachte, dass ich dir nicht erzählen Wacca sagte. Oh! Das Spiel! Oh! Als ob er das sehen würde im Wasser. Anscheinend doch. Zwei, zwei. 30 Sekunden left! Die Aurochs launchen ihn all-out-offensive! Uh, jetzt wird's aber interessant. Ein langer Weg von Lenny! Es geht durch! Oh! 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 Unglaublich! Die Aurochs gewinnen das Spiel! 3 zu 2! Oh! Oh! Wow! Das erste Mal gewonnen! So ein Zufall aber auch! Wir gewinnen! Wir haben es geschafft! Wir sind in den Finalen! Nicht das... ...gracke Winn. Wenn es Chapu war, er würde noch stehen. Hey, nicht nur ein bisschen unfair sein. Entschuldigung? Ich weiß, dass ich niemals verletzt bin. Du bist derjenige Waka, nicht Lulu? Und ich glaube, dass Waka immer versucht, ich versuche, Chapus zu nehmen. Du willst nicht, diese Sprache zu enden. Ein Zeitsferi für zwei Geschick. Ah, der ist auch mal ein bisschen weiter. Du gehst nach unten und kannst auch mal ein bisschen aufwerten. Zauberabwehr gestiegen. Ich kann nichts, aber nicht. Gut, dann war's das schon wieder. Zack. So. Gespeichert. So, und in der nächsten Folge werden wir dann im Finale irgendwie spielen, schätze ich mal. Und bis dahin noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen und bis dann Leute. Tschau. Listen to my story. This may be our last chance. Deanativa bei mir, Almost ver représentiert schmerz noch bei mir. pigs modified für 400